Die Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme kommen. Die Mittel dafür stellt der Staat zur Verfügung. Ab März werden die Entlastungen direkt über euren monatlichen Abschlag weitergegeben. Die Monate Januar und Februar werden dabei rückwirkend berücksichtigt. Wir erklären euch das Prinzip mal anhand der Strompreisbremse. Alle Infos zur Gas- und Fernwärmepreisbremse könnt ihr auf unserer Website nachlesen. Für Haushalte und kleinere Unternehmen mit einem Verbrauch bis zu 30.000 kWh im Jahr wird der Preis auf 40 Cent pro kWh gedeckelt. Die Preisbremse greift also nur dann, wenn ihr vertraglich mehr als 40 Cent pro kWh bezahlt. Der gedeckelte Preis wird euch für einen Basisbedarf garantiert. Dieser beträgt 80 Prozent des Jahresverbrauchs des Jahres 2021. Darüber hinaus zahlt ihr den vertraglich vereinbarten Preis. Die Entlastung steht euch automatisch zu. Ihr müsst dafür nichts tun. Die Entlastung ermitteln wir nach einer vorgegebenen Formel. Sie verteilt sich gleichmäßig auf die Monate des Jahres 2023 und verringert eure Abschläge. Alle unsere Kundinnen erhalten von uns bis Ende Februar die Mitteilung zu ihren neuen Abschlägen. Wie immer findet ihr auch alle wichtigen Infos zu den Preisbremsen auf unserer Website.